hallo hallo war das in der aufnahme gerade noch mit drin er hat mir gerade einfach so ein ei in die hand geschissen alter falter grüß die lieber nicht zu viel sonst sterben sie noch so meine lieben wie sieht es aus wollen wir das ist da gut nacht ist noch ich würde da so gerne nicht so unser ziel ist auf jeden fall diesmal vernünftige schmerzen plünderung zu bekommen ich will auf jeden fall in dieser aufnahme noch eine nacht durchziehen ich will eine nacht durchziehen was sagt ihr dazu die ist dabei gut dann machen wir das doch hier muss er da rein ja okay das ist zu laut ja ich habe mir mal hier auf meine auf meine wie nennt man das sampler samples habe ich mir einfach mal so ein paar schöne dinge von dem nippelbord von tv total drauf gesetzt was ich davon ist einfach so keine ahnung wenn man sich aber mal so videos anguckt das sind ja immer videos und dann kommt einfach mal so ein clip von tv total dazwischen das sollte doch kein problem sein oder das einzige was passieren dass ich keine werbung schalten kann so also ich habe da ein paar drauf bis jetzt erst vier ich kann bis zu ist da schon wieder eine spinne oben ich kann ich kann bis zu zwölf samples hat da in meiner butze greift die mich an oder was ja weil es hier dunkel ist denkt es ist nacht ich bin erschrocken für mir gar keinen bock ne so das müssen wir auch noch zu machen ob wir das jetzt in dieser aufnahme machen keine ahnung wie sieht das jetzt eigentlich aus mit dem dach ist das soweit fertig gewesen ja ne ich glaube es ja fast gar nicht wir haben das dach fertig gemacht ich bin total aus dem häuschen so muss hier was hier passieren und so was machen wir was machen wir auf jeden fall machen wir nix honig brauchen wir auf jeden fall ich würde sagen wir machen wir haben ja hier den weg gemacht ich würde sagen konnte man das feuer nicht ausmachen mit der schaufel rechtsklick ich würde sagen wir gestalten hier unseren weg ein wenig um laternen müssen wir auf jeden fall hin so zwei drei stück was ist hier los laternen fände ich gar nicht so schlecht ich will nicht immer ins mikrofon husten aber ich will auch nicht ewig rum greifen so na guck mal da kriegen wir ja doch echt ein bisschen was zusammen hier von diesem gelumpe ein bisschen was werden wir davon ja auch brauchen ich glaube das müssen wir nicht mehr mit der schere machen oder ich weiß es nicht wir könnten wir vielleicht auch weitermachen aber es war schon relativ viel aber da brauchen wir auch echt viel von so jetzt gehen wir mal hier hin irgendwie ist das mikrofon so ein bisschen besser was ist denn das für eine saurerei wir hätten da so schlimm gearbeitet so und rennen in der butz kies behalten wir mal ruhig das spinnauge das gönne ich mir später äh das haben wir da 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 ein bisschen weizen ne das nehmen wir mal mit ich glaube das weizen sollte darüber irgendwie ne ähm was haben wir denn hier überhaupt so viel erde auf tasche was hat man denn da hier mitgemacht holz gut da haben wir auch ne ganze menge ähm da können wir hier mal ruhig ein bisschen was rein packen ähm wie sieht denn das eigentlich aus wenn wir hier äh so was haben ich muss mal kurz guck gehen ähm ha okay das geht auch alles klar alles klar äh wir machen uns da mal welche von ich weiß nicht genau mit welchen also ich will die was ich will die äh zäunchen noch nie gesehen oh nicht schlecht äh ich will die zäunchen benutzen für unsere lampen für unsere straßenbeleuchtung oder unsere wegbeleuchtung und ich weiß nicht genau welche ich da nehmen möchte ähm so was brauchen wir denn noch ich würde sagen ein und sie stein 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 Mehr haben wir jetzt gerade hiervon nicht? Okay, da brauchen wir jetzt auch nicht so unfassbar viel. Aber wir müssen tatsächlich nochmal runter zum Brennen. Wir müssen uns nochmal ein bisschen was besorgen. Ja, ich würde schon ganz gerne noch ein bisschen was brennen. Äh, nee. Nö. Ja. Sehr gut. Warte, knallern wir hier auch mal was rein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was war denn da? Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? So. Äh, nochmal zwei. 1, 2. Und die schmeißen wir oben rein. Weil da brauchen wir echt noch ein paar von, ne? Wir müssen ja hier auch den Weg noch auskleiden und, äh, oder den Abgang nach unten auskleiden. Und dies und das ist ein Pipapo. Uh, es gibt auch so viel zu tun. Ähm, hier. Okay, da ist noch, äh, ja, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Äh, jetzt gehen wir erstmal pennen. Und, äh, ich öffne mein Getränk. Äh, genau jetzt. Es gibt wieder eine leckere Spätzi. Von dem Spätzi-Metzger. Oha. Das hat die Donut. So. Mal gönnen. Gucken wir uns mal den Ofen an. Achso. Da passiert gerade nichts. Okay. Ist da noch Kohle drin? Achso. Alles klar. Ich hab nichts gesagt. Ja, ich würde, ähm, darum, wir gehen jetzt. Oh, da ist ein Kumpel von uns. Ich geb dir, Junge. Junge, ich geb dir richtig auf den Mommel, wenn du hier Bums machst. Ach, leg mich doch am Arsch. Wir brauchen echt Schwerter, wo wir nur zweimal mit, ne? Also. Was ist das? Schärfe? Keine Ahnung. Ähm, dieser Block muss da auch weg. Ich weiß nicht, wo der Enderman den hergezaubert hat. Ach, was macht er denn da? Der badet hier einfach bei uns im Pool oder was vor der Haustür. Ich glaub, ich spinne. Ah. Ja, natürlich. Frechheit hier. Wirklich. So, sag mal. Räumst du, lass mal ne Kühe in Ruhe. Ich töte die. Oh, hier sind die. So. Da gehen wir jetzt nämlich ran. Die noch mal ne Runde töten. Muss sein. Müssen wir tun. Gut, dass wir hier was mitgenommen haben. Äh, wo? Was ist denn hier für den Zirkus? Können wir bitte alle rauskommen? Komm. Hallo. Oh, immer voll ins Mikrofon reinhusten. Lass mal ein paar Babys machen hier. Das war noch auf 30 kommen. Das war hoffentlich ein Schmeckkrieg mit Plünderung. Wenigstens Plünderung 3. Das würde mir ja schon erstmal reichen. Na komm, einen noch. Dann haben wir ne gerade Zahl wieder zurück. Ja. Ne, danke. Sehr. Danke sehr. Die packen wir gleich hier rein. Ach, gucke. Dann kriegen wir auch immer gleich mehr Leder raus, wenn wir Plünderung mehr haben. Macht schon mehr Spaß dann. Warum kloppt der denn immer so viele um? So, die beiden machen wir noch. Ja komm. Oh, hab ich da gerade... Weiß ich nicht. So, jetzt reicht's aber. So. Da müssen wir auch nochmal ran. Ein bisschen Speck brauchen wir noch. So, meine Lieben. Das sieht mir hier auch alles nicht so schön aus. Warum das kommt weg. Die machen wir da so hin. Hier machen wir auch weg. Aber da kommt nur so ein Block hin. Da möchte ich gerne Erde drauf haben. Äh, Sand drauf haben. Der kommt hier denn wieder weg. Aber wir müssen den ja das haben. Na, ihr wisst schon. Der kommt auch weg. Und der auch. Ich tüdelü einfach mal rum hier so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, wie es aussieht später. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Äh, 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 äh. Äh, wie sieht das aus? Das sieht ein bisschen besser aus, ne? Ich würde sagen, wir basteln hier schon mal unsere erste Laterne hin. Jetzt brauchen wir erstmal eine, äh, eine, äh, Workbank. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh. Uuuuh